Wussten Sie, dass hier ein kleiner Junge ertrunken ist? Er war mein Sohn. Und heute hat er Geburtstag. Ja, Baby! Die Hütte von meinen Eltern ist unglaublich, Leute. Da wären wir echt nett, ha? Alles klar, bist du bereit? Und los geht's! Juhu! Oh mein Gott! Hey, ich komme nicht aus dieser Gegend, aber ich suche nach meiner Schwester. Sie ist verschwunden. Haben Sie sie gesehen? Sie ist nicht verschwunden. Sie ist tot. Die Menschen, die hier verschwinden, tauchen nie wieder auf. Irgendwas ist da draußen. Wir müssen hier verschwinden, kommt schon, Leute! Oh mein Gott! Dieser Ort heißt Camp Crystal Lake. Der Free on-Mum. Hey, Chewie, bist du da drin? Polizei, auf! Hilfe! Sie sind kein Töntensjahre! Was tust du denn dann, Ole? Hilfe! Nein! Es ist hier! Er hieß Jason und heute hat er Geburtstag.